Musik Seit vier Jahren leidet die syrische Bevölkerung unter einem brutalen Bürgerkrieg. Die Bombenangriffe haben immer mehr Menschen zur Flucht gezwungen. Für diejenigen, die das Land nicht verlassen können, sind Lager nahe der Grenze der einzige Ausweg. Dieses hier liegt im Norden Syriens. Seit Beginn des Konflikts musste die Hälfte der syrischen Bevölkerung aus ihrer Heimat fliehen. Im Winter ist das Leben dieser Familien noch härter. Wenn es snows gibt, da ist ein großes Problem. Wenn es snows gibt, da ist ein vieles Problem, denn alles ist schmerz. Alles wird schmerzen, die Blankets werden schmerzen. Du musst die Tenten oder Ihr Haus aufheben. Und die Anwendung der Tenten ist schwierig, aber die Qualität der Tenten ist sogar schmerz. Es ist also ein Risiko-Balance. Du kannst nicht die Tenten aufheben, denn dann wird jeder Hypothermia bekommen. Aber sie benutzen diesen Strom, und es gibt eine Explosion, und die Tenten fangen kann Feuer. Explosionen als Folge von schlechtem Brennstoff sind so häufig geworden, dass sich das MSF-Spital im Gouvernement Idlib auf die Versorgung von Verbrennungen spezialisiert. Seit Beginn des Konflikts wurden medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Gesundheitsmitarbeiter wurden getötet, entführt und mussten fliehen. Einige MSF-Einrichtungen mussten wegen des Risikos von Entführungen schliessen. In Gebieten, die nicht unter Regierungskontrolle sind, entstanden verschiedene Ärzte-Netzwerke, die MSF versucht zu unterstützen. Von ihren Kontakten mit syrischen Ärzten wissen die Teams von Ärzte ohne Grenzen nur zu gut, dass tausende Menschen dringend Hilfe benötigen. Doch ihr Handlungsspielraum ist stark eingeschränkt.